Hey und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Minecraft Bad Wars. Diesmal auf der Bad Rock Edition wieder mit dem lieben Lele. Hallo. Ja, wir rasieren in 10 Sekunden Bad Wars auf der Bad Rock Edition, würde ich mal sagen. Genauso wie wir bei Faro, ich meine Faro, alles auseinandernehmen werden. Absolut nicht, wegen dem Game. Let's go. Ich finde das cool gemacht, dass man so zwei Dropper hat, also wenn man ein Duo spielt. Hat man zwei Dropper? Ja, irgendwo muss doch ein anderer sein. Ich glaube, du bist dicht, Mann. Hier ist gar nichts. Ja, Digger, du Bauer. Hallo, das ist doch Azen, du Fisch, ja? Ja, in der letzten Runde gab es welche. Sorry, du M... Ja, mit Stein gebaut, diese Opfer. Anderer? Spaß, na, wir geben mir von auf den Keks schon wieder. Ja, ich würde mal sagen, ein GG. Ich schicke hier an die Kek. Digger, es ist so big gemacht mit dem Invertar-Slotting. Das ist übelkrank hier, was hier abgeht. Was kann ich mit Eisen als Karpfen? Kann ich mir auch irgendwie noch eine bessere Risse bekommen? Oh ja, Schwert. Oh ja, oh ja, oh ja, oh ja, oh geil, oh ja. Ich gehe mal in die Mitte, ne? Mach das mal. Ich glaube, ich push, ich push, ich push andere. Ja, push doch welche. Ich komme auch. Abfahrt. Hey, einer von Gelb. Welche haben wir gerade gekillt? Weiß ich nicht. Ich glaube, Gelb. Oh mein Gott. Er sieht mich nicht. Ich habe das Bett. Einer dead, einer dead. Der rusht auch durch, ist ein PC-Spieler-Safe. Ich gehe auf ihn. Jojojo, der hat was an, der hat was an. Hat der echt? Ich glaube, ja. Upgrades. Ich hole mir nochmal einen Fireball. Und nochmal einen Fireball. Ja, keiner war noch mit, ich habe all das Gold. Ah, nur noch mit Gold, okay. Bogen. Bauen wir das Bett besser hin, bauen wir das Bett besser hin. Keine Ahnung, Alter, komm jetzt. Hast du Gold für mich, oder? Ja, chill. Oder machst du gerade alles so? Nein, egal, guck doch, hier. Ja, muss auch aufheben, ne? Ja, normal. Ich mache uns Sharpen ist drauf, wir haben Sharpen ist jetzt. Ah, hat sie das für uns beide, oder wie? Ne, doch nicht, du hast kein Sharpen ist. Was ist das für ein Scheiß? Hauptsache gesund. Hauptsache gesund. Denke mal daran, Hauptsache gesund. Denke mal daran, Hauptsache gesund. Ich habe mir einen Bogen gegönnt. Ja, ich habe mir sieben Fireballs gegönnt. Okay. Wer lebt jetzt noch? Wir leben nur noch als Einzige, oder? Ja. Ja, 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 ja. In der Mitte ist gelb. Killing, 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 Killing. Der ist Solo, der ist Solo, kannst du vielleicht haben. Okay. Ich komme mit. Hat ein Hit. Stark. Der Name ist rot. Rot, 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 rot. Rot, rot, rot. Bogen, Bogen, ich spamm. Bogen. Wo ist der? Da oben. Voll damage, voll damage, voll damage, voll damage. Tschüss. Der hat was an. Ich sage doch, der hat was an. Ich sage, der hat was an. Ich sage, der hat was an. Habe ihn, habe ihn. Jawoll. Easy game, easy game, man. Was? Alter, ich habe vier Kills. Ich bin der beste Spieler. Easy. Ich bin nicht gestorben. Beste Spieler bin ich. Wendem, Leute, bedanke ich mich vielmals fürs Zuschauen. Hau da rein. Bis zum nächsten Mal. Lele, oder was sagst du? Leck mal na ja. Leck mal na ja. Ciao, ciao. 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 Ciao.